Der Junge ist so verloren, der Junge ist so verloren. So blöd kann man nicht sein! Trimax wünscht sich Aim Assist in Minecraft, wo es basically darum geht... Ach, Digga! Yo! Was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video! Heute, glücklicherweise ohne Evive HD, meine Freunde, weil Evive nämlich kein Verständnis zu Minecraft hat. Mit dabei ist der gute Justin. Justin, was geht? No front? Es ist Alphastein mit einem Soundpod, Leute. Ich... Ja. Ja, zwei Minecraft-Experten schauen sich jemanden an, der in Minecraft absolut schafft, meine Freunde. Hallo, Leute, habt ihr mich vermisst? Alle werden dich unglaublich vermisst haben, Stein. Schaut eins in den Chat, eins in den Chat, Freunde. Wir sind nicht live, wir sind nicht live, Alphastein. Wir schauen uns gerade ein Video an, das ist kein Stream. Wir schauen uns heute der Trimax Try Not To Laugh Minecraft-Fails sein an. Ja, sein! Ich würde sagen, ein großer der Fails kenne ich wahrscheinlich schon. Ich bin mal gespannt, wie Alphastein darauf reagiert. Alphastein, wenn du lachst... Wie er... Einmal lachen, 100 Euro an mich, du weißt das. Drei, zwei, eins und los. Dann den Eisbären in die Lava und dadurch stirbt er und wir nehmen uns einen Loot. Geht das? Oh ja. Der hat keinen Loot. Verbrennt dann. Das Loot verbrennt auch. Aber lass ihn trotzdem töten. Bro, du bist nicht tot und wir haben unseren Sports schon verknüpft. Du bist auch im Video. Ja, ja, wir haben jetzt zusammen Minecraft gespielt, Alphastein. Das war eine coole Zeit. Willst du mal mit Trimax zusammen Minecraft spielen? Leute, 35.000 Daumen nach oben, wir machen es wahr. Oha. Aber du bist doch links E-Sporter. Du musst doch einen Eisbären töten. Hier vorne links ist ein Eisbär, der hat einen Junges dabei. Der ist immer aggressiv, wenn die einen Kalb haben. Ja, das weiß man als Minecraft, OG. Ich weiß es nicht. Ich will einer von euch den Eisbären ablenken und ich töte das Junge. Du hast gelacht, 100 Euro. Es klingt brutal, aber wir brauchen Nahrung. Also ich habe diesen Kalb jetzt schon 200 Mal gesehen in meinem Leben und ich frage mich immer noch, warum? Warum sollte man das tun, Trimax? Erzähl es mir, warum? Keine Ahnung, klang jetzt voll brutal, kam jetzt falsch rüber. Ich hatte eine ganze andere Intention. Pass auf, Max, ich schwöre dir, wir kommen zu hinten, da kannst du hier alle Eisbären umbringen, die du willst, okay? Okay, wir können auch deren Jungen entführen, ja? Der rennt nicht mehr bei mir. Okay, warum? Alphastein, ich weiß nicht, aber Trimax hat irgendwo... Was hat der mit seinen Eisbären? Es gibt ja die Vermutung, Knut, der Eisbär ist ja damals gestorben in der Berliner Zone, ne? Und Trimax war seltsamerweise genau zu der Zeit in Berlin. Max, möchtest du dich dazu vielleicht ganz kurz äußern? Es ist fantastisch. Bring, wie viele Cobblestone hast du dabei? Wir brauchen wirklich eine Menge Cobblestone. Talking about a lot. Guck mal. So viele habe ich noch nicht. Ich habe gerade leider... Ich habe hier sechs mitgebracht. Oh, Max hat sechs Cobblestone. Ja. Irgendwann, Max. Überleg mal, du gehst mit sechs Cobblestone in den Nessar, stark. Die sind selten. Die sind selten, ja, ja. Ah, ja, Max. Würdest du sagen, Gomme, Dr. Banks oder Trimax ist der beste Microspieler? Gomme. Perfekt. Trimax, Alter. Oh Gott. Guck jetzt, Achtung, Eisbär. Alter, der Eisbär greift ja gar nicht das Kind an. Ja, das ist ja voll langweilig. Nee, wie will er so kämpfen? Können wir ihn töten jetzt? Guck mal, er bricht einfach... Warum? Warum? Warum macht der das? Der Junge ist so verloren. Der Junge ist so verloren. Wie kann ich das richtig machen? Nee, ich mache jetzt den Cover-Generator. Falsch rum. Ich bin in die richtige Richtung. Nein, tut er nicht. Alpharstein, guck mal. Und dann musste ich, die ganze Zeit musste ich mit dem spielen. Weißt du, was ich meine? Warum nicht mehr jetzt? Jetzt, mittlerweile spielt er alleine im Minecraft. Ich glaube, er hat einfach sich gedacht, er hat jetzt meinen Hype mit abgefarmt und saugt sich jetzt beim nächstgrößeren wieder hoch. Das ist so eine Trimax-Taktik. Kann man nur verachten. Sneaken? Sneaken, Alter. So dumm. Man muss dafür nicht sneaken. Doch, muss man. Oder? Nein, muss man nicht. Nein, man kann einfach ranklicken. Sneaken? Wieso... Digga, wie lange der braucht? Guck mal, wie der der... Oh, Junge. Hä, was macht der? Das hat nicht... Der setzt der Hopper hin. Ja, das funktioniert, aber er macht es halt so umständlich. Wieso sneakt der denn dabei? Hey, muss man. Nein, muss man nicht. Nein. Nein, es war gut. Es war die Pause, es hat gut. Ja, ja, es wird auch so weit mehr Clash-Taktik. Oder? Muss man? Ja. Vielleicht bin ich auch dumm. Ich weiß es nicht. Ich hab dich, Achtung. Ganz, ganz schnell. Max, Achtung. Leben gerettet. Ich hab die XP bekommen. Danke, Mann. Max, Max, warum, warum, warum bist du so? Digga, der ist so dumm. Der ist so... Guck, was der da macht, Alter. Guck, wie der das baut. Siehst du das, wie nervig das ist? Man baut doch bis zum Boden, oder, Alphastein? Oh, ich weiß, was ich hier baut. Das schon nicht baut. Boah, das ist so nervig, Alter. Das kotzt mich so an, wenn jemand so baut. Jetzt, guck mal. Jetzt, Achtung. Guck, wie dumm der ist. Guck, wie dumm der ist. Guck. Also, Digga, das ist... Das funktioniert so nicht. Max hat sich einfach komplett eingebaut. Das funktioniert. Wenn es brennt, musst du den Sauerstoffzufuhr... Ja. So funktioniert Minecraft-Trimax. Ganz genau, Digga. Alphastein, wie soll man da nicht aggressiv werden? Ja, zähl doch, zähl doch. Vielleicht ist der jetzt gut. Guck mal, wie dumm der ist. Der bleibt einfach... Einfach stehen bleiben. Guck mal, Digga. Nein! Was ist das denn für eine Scheiße? Der bleibt einfach stehen. Oh mein Gott. Alphastein. Das ist ja wirklich... Also, das ist ja provozierte Dummheit. Weißt du, was ich meine? Der macht das mit Absicht. So blöd kann man nicht sein. Fünf Minuten Zeit habe ich. Fünf Minuten Zeit? Ja. Kann mich einer von der Diskussion der Nebel sprengen? Das ging aber ganz schnell. Ich habe dir nur das Weizen unter die Nase gehalten und es kam ein Kind hinten raus. Ja, ja. Das ist immer so. Hinten raus kam das Kind. Wie oft kann ich die Leute füttern? Die Leute. Die Leute, sagt er. Alphastein. Das kleine Schaf hat das Ganze gegessen. Das kleine Schaf hat sechs Weizen gerade verdrückt. Wahnsinn. Ist das normal? Das ist ja heftig. Alphastein, sag mir, wie ich es geschafft habe, in der Zeit so ruhig zu bleiben. Ich weiß nicht, was los war, aber an der Stelle große Shoutout an die Hunde Knochen von Sack, bloß mit dem CBD drin. Den Fisch essen? Dann wirst du wieder vollregeln. Nein, das macht er nicht, oder? Ist ein Prank. Ist ein giftiger Kugelfisch. Bist du gehindert und hast du gekocht, dann kannst du ihn essen, Digga. Pufferfisch abgelehnt. Bist du okay? Das ist ein ganz schlechter Prank. Alter, ist der schlau. Digga, du bist wirklich dumm, Alter. Du bist wirklich dumm. Weißt du das? Okay, jetzt mal ganz handelnd. Du musst jetzt komplett ernst sein. Kann ich ihn wirklich essen? Ja, natürlich kannst du ihn essen. Guck mal, der hat so viel Essen noch im Inventar. Ah, Digga. A, Antwort A. Ich weiß es. Antwort A. Okay, dann gib her. B. Nein, nein. Digga, Max, Max, Max. Ist das nicht peinlich? Ja, wow. Vergiftig. Bin ich jetzt tot? Ja. Ist er echt gestorben? Hast du ihn umgebracht? Endlich, endlich bin ich. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich wissen muss bei den Compose-Missionen? So eine richtige Gruber-Missionen. Compose-Missionen. Den Compose-Missionen. So eine richtige Gruber-Missionen. Compose-Missionen. Du musst ja jeden einzelnen Tag als Vegetarier vegetarisch essen, ne? Alter. 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 Guck mal, ich musste wirklich die ganze Zeit, habe ich mit diesen Jungen gespielt. Es war wie Sozialstunden mit einer schwererziehbaren Gruppe. Ich habe denen das Spiel beigebracht und alles. Und rückwirkend sind das für mich gerade wirklich traumatisierende Erinnerungen. Bin ich ehrlich. Geh mal weg, Romata. Geh mal weg. Geh mal weg. Ich habe kein Essen mehr. Der ist so dumm, oder? Guck mal, da war Glas. Und er hat es einfach abgebaut. Das war er 100% selber schuld. Ich war schon wieder Level 23. Ich bin so... Er war Level 22. Warte, warte, warte. Ich habe mich noch nicht ausgelöstet. Ganz Sekunde, ganz Sekunde. Dafür... Alter, das ist ja ganz krank. Holy... Leg dich mal hier in das Bett rein. Leg dich mal hier in das Bett rein. Dann kannst du hier pennen. Oh, ja, warte, das will ich sehen. Yay. Jogi, warum er ganz schön ist, ja. Guck mal, er versteht gar nichts. Das war's gut. Das war ich. Nein. Doch. Du hast mich getrollt. Ja, ja. Du hast mich getrollt. Ich fass es nicht. Getrollt habe ich ihn einfach gleich. Dieser Junge. Und was ist jetzt? Würdest du sagen, würdest du sagen, Trimax ist intelligenter als der deutsche Durchschnitt, Alphastein? No. Front. Wir lenken seine Eltern ab. Warte. Max, willst du... Okay, Max, warte. Willst du den mitnehmen? Willst du den mitnehmen? Kann man ihn mitnehmen? Können wir ihn anleihen? Sollen wir den führen? Geht das echt? Ja, lass ihn mitnehmen. Lass ihn mitnehmen. Okay. Geil. Warte, ich wollte den warm haben. Ja, Mann. Das war geil. Was hast du jetzt? Was hast du in dein LKW gelockt? In mein LKW? In meinen LKW? Max, bitte. Das ist doch kein LKW. Das ist doch kein Boot, Junge. Oh mein Gott, ich hole. Einfach, einfach, einfach... Guck mal, womit der durch den Messer läuft. Ich baue hier mal... Siehst du das? Hä, wo ist das Altex? Dieser Junge rennt einfach so durch den Messer, Digga. Das ist insane. Wenn sie runterfallen, nicht. Wenn sie runterfallen, ist das okay. Jetzt bin ich da. Ach, Digga, dieser Clip ist auch so peinlich. Hä? Ah, das ist Romatra, Digga, what the f**k? Oh, Digga, die beiden sind so dumm einfach. Das ist V-Sync. Willst du das ausmachen? Ja. Das ist da links, links, Jus, V-Sync, Max. Ja, sehr gut. Oh, ist der viel geiler, Digga. Man merkt einfach keinen Unterschied. Was ist denn V-Sync? Dass das Game einfach f***** ist? Wieso sollte das von Anfang an an sein? Digga, 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 Alphastein, bitte. Was? Wie kann ich was drücken, dass das instant reinkommt? Mit Shift. Shift ist großschreiben. Ja, rechtsklicken. Sogar linksklicken auch. Der ist so klug. Der ist so klug, der Junge. Anfacke, anfacke, ne? Da habe ich ein bisschen Angst vor. Alphastein. Ja, es passiert ja nichts, wenn es anfacke ist. Nein, das macht er jetzt nicht, oder? Und alles andere wird auch Stein und... Guck mal, wie er gepanigt ist. Hast du gesehen? Ja. Aber hat er gut gespielt, hat er gut gemacht? Der ist richtig hochkonzentrierst, siehst du das? Anstatt er sneakt. Nee, nee, sneaken kann er nicht. Er kann nicht sneaken. Er nutzt sneaken nicht. Er versteht das nicht. Max. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich habe... Mach einen Clip, mach einen Clip, Schick, Trevi. Digga. Alphastein, er hat die Tür aufgelassen. Wer war es dann? Erklär mir, wer es gewesen ist, wenn nicht er. Trevi, mach einen Clip, Schick, Trevi. Es ist einfach wirklich... Wie schrecklich hier... Romatra Dynamit auf mich geworfen. Romatra Dynamit auf mich geworfen. Ich habe in dieser Situation gerade, ohne dass ich was falsch gemacht habe, gebrannt. Ich glaube, wenn man zu viele Lava-Eimer hat, dann brennt man automatisch. Ja. Nochmal, sag ich nochmal. Wenn man zu viele Lava-Eimer hat, brennt man automatisch. Das ist ja so Alphastein in der neuen Rechnung-Version. Wenn man zu viel hat im Nether, glaube ich ja, dass das irgendwie ein Zusammenhang war. Oder beim Befüllen, dass man irgendwie eine 20-prozentige Chance hat, dass man... Ja. Wie, weiß ich nicht. Ja. Das ist so. Greifte Theorie. Das ist witzig, ne? Ja, sehr lustig. Sag doch mal, was ich bauen soll, damit mein Haus schön aussieht. Was, welchen Stoff kann ich verbrennen? Man muss den Stoff unbedingt verbrennen. Das ist mir wichtig, dass es brennt. Max Haus war so schrecklich hässlich. Jetzt brennt der wieder. Och, Digga, ich brenne schon wieder. Wenn ich jetzt sterbe, dann raste ich aus. Guck mal, der isst ja auch nicht. Der hat ja auch immer Hunger. Weißt du, was ich meine? Oh, nee, zwei Leben haben anderthalb. Er stirbt. Eins. Halbes. Halbes. Wassermelon. Wassermelon. Hei, Wassermelon. Was ist das denn? Das ist doch richtig Sch**e. What the f**k? Es war aber, dass ich schuld war. Ist ja die Schuld vom Spiel gewesen, Alperstein. Weißt du. Max, Alter. Digga. Irrgä. Ach, Sch**e. Man, der ist endlich der Clip. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, Junge. Eine viel größere Weltreise als du. Wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Alter, what the f**k? Was ist Sch**e? Guck mal, wie es sich bewegt. Guck mal, Digga, wie es sich bewegt. Das Game ist nicht so intelligent. Das Game ist nicht intelligent. Es liegt nicht am Spiele. Manchmal ist es doch hundertprozentig klar, wo man die Blöcke hin tun möchte. Und trotzdem packt er dämlich die Blöcke irgendwo hin. Ja, ja, klar. Oh mein Gott. Ja, das ist es halt. Aber es wird auch ein bisschen so ein Aim Assist mäßig. So wie, weißt du? Digga, er will. Max, Trimax wünscht sich Aim Assist in Minecraft. Wo es basically darum geht. Ach, Digga. Alphastein. Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen? Deine Meinung zu Trimax und Minecraft. Perfekt, Leute. Das war es von diesem wunderschönen Video. Schaut gerne bei Alphastein vorbei. Schaut gerne bei Lost Moments vorbei. Und denkt dran, ich werde irgendwann Alphastein und Trimax zusammenführen. Denn mein Gott, das wird eine ganz gute Nummer, Leute. Ich bin an der Stelle raus und gehe jetzt erstmal eine Runde meditieren. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. 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 Tschüss.